ich muss da später reinziehen und dann irgendwie noch zum sprung kommen nein 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 ja leck deine mutter alter ich hab so keinen bock auf diesen scheiß so welcher fällt welcher von euch kleinen wichsern tötet mich bist du es 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 ich bin durch ich bin durch ist das geil ist das geil und meine stimme versagt ich klinge ab mir egal wie ich was klinge ich bin durch ich bin durch diesen auch gott das sieht auch nicht viel schöner aus let's put kaiser mario into i wanna be the guy erfolgreich der erfolgreiche das erfolgreiche kind zwei pro produkte die niemand anfassen sollte ich hab's getan ich hab's angefangen hepper 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 ich blute es ist nur eine fleischwunde ok man man mal oh man ich hab mich eben so gefreut um das mal zu beenden la 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 stachel warum spring ich eigentlich so früh es bringt doch eh nichts denn wir sind kids und nichts Ganz ehrlich, ich will irgendwas Einfacheres Weh 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 Okay, bis hierhin klappt es doch Aber bis hierhin Und da bin ich zum blöden zweiten Sprung zu machen Oder da Oder da springe ich zu früh Oh ja, ich bin so blöd Hepa Hep, nein Hep deine Mutter Bums Die Hure Und die Ba-da-ba Okay Okay, der fällt Äh, okay Ähm Hä? Hä? Wie habt ihr euch den jetzt vorgestellt? Okay Von hier oben vielleicht Ja, von da oben Von da oben From the way beyond Okay, komm her Wow Verdammt Okay, komm her Hep, hep Und, hep, hep Und, hep Nicht, hep, hep Na, komm Na, komm Okay Hep, hep Hep, hep Wieso klappt das auf einmal nicht mehr? Machen wir das mal erklären, warum ich auf einmal Drei tausend Todessterbe Oh, und der fällt Oh, und der Oh, und Der Was? M-nein Am Aller Letzten Stachel Gehe ich kaputt Weil ich keine Ahnung habe, wie ich die beiden da überspringen soll Also ich kann mir schon was denken, aber es ist mies Ich muss praktisch zwischen den beiden Stacheln in der Lücke genug Tiefe sammeln Um die Strecke wieder überbrücken zu können Was ungefähr so Einfach ist, wie Einen Bullen in einem Tornado zu reiten Äh Er fragt mich nicht, woher ich weiß, wie schwer es ist, einen Bullen in einem Tornado zu reiten Ich hab's letztens hier im Urlaub getan M-ha-ha-ha-ha Und auch, ich kann sogar das schaffen Ich glaub, das mach ich jetzt sogar, weil ich keinen Bock hab, da ewig zu warten Nein, kann ich nicht Okay, wir lassen Nein Wir sind Pussys und warten eine Runde Aber dafür sind wir lebendige Pussys Nein 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 Ja Na komm Komm zurück Ah, geschafft So, nicht You fail, bitch You fail And you win Because Ah, cso So, so, so So, von hier oben Hepp Ah, jawoll Okay, wie mach ich den Den mach ich so Den Uh Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo, 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 wo Ah, ich steh in der Pipe Und Wasser tötet mich Ich bin kid, ich kann nicht schwimmen Wieso Delfine Wieso ist der Delfine überhaupt so weit, dass ich nicht mehr zurückkomme Hallo, ich will den Delfin aktivieren Aber dann komme ich nicht mehr zurück Was muss ich hier machen Und was macht Lakitu da Okay, Lakitu verfolgt mich Ich komme nicht da rüber Ich komme nicht an dem Delfin vorbei Okay, dann krepiere ich Unsichtbare Plattform Okay, der Trigger ist nur auf einer bestimmten Höhe gesetzt Aber aus dem Wissen Kann ich auch nichts machen Da ich das hier nicht schaffe Ich denke, man sieht ganz deutlich, wo mein Problem liegt Da, den Trigger Ja, wir sehen Wow, das war fies Okay, ich muss also an der Richtigen Stelle springen Wuhu Dann mein Zaubertrick Weil ich mehrere Male wirken Und dann Ich meine, da komme ich ja nicht in die Pipe Will ich da in die Pipe Aha Wie habt ihr betrunkenen Freaks euch das jetzt vorgestellt? Und so weit geht die Plattform Okay Hepp, hepp Hepp, hepp Ich komme nicht so hoch Das ist das, was ihr mir jetzt sagen wollt Kit ist zu blöd, so hoch zu springen Kit ist zu blöd, so hoch zu springen So, wo ist der Trick Bestimmt nicht in dem Stachel da unten Ähm Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen wollt? Weil Leute Unmögliches von euch verlangen? Ähm Ehrlich mal Leute, wie geht das?